Anfang September werden Prinz Harry und Herzogin Meghan wieder nach England zurückkehren. Zu dem bereits erhofften Treffen mit William und Kate scheint es jedoch nicht zu kommen. Wie schon bekannt ist, führt die Sussexes eine Wohltätigkeitsveranstaltung wieder zurück nach England. Ihren Aufenthalt planen die beiden dabei, in Frogmore Cottage unweit von William und Kates neuem Haus zu verbringen. Viele hofften auf die lang ersehnte Versöhnung der bereits entfremdeten Paare. Ein Aufeinandertreffen der Brüder und deren Gattinnen sei jedoch laut eines Insiders nicht geplant. Harry und Meghan haben einen vollen Terminplan, die ein Wiedersehen mit William und Kate wohl kaum möglich machen. Einige Royal-ExpertInnen glauben mittlerweile nicht mehr an eine Versöhnung der Enkel von Queen Elizabeth II. Der England-Trip der Sussexes böte dafür die ideale Chance, doch diese scheinen die Royal-Brüder erneut verstreichen zu lassen. Einige Royal-ExpertInnen. einOTHER du Bis zum nächsten Mal.